Detlefs steht für Tradition und Innovation. Tradition, weil Gutes eine starke Basis braucht. Und Innovation, weil wir immer einen Schritt vorausdenken. Vor 85 Jahren erfand Aris Detlefs den Wohnwagen und setzte damit den Grundstein für eine Urlaubsform, die zwischenzeitlich Millionen von Menschen begeistert. Heute arbeiten 900 Mitarbeiter daran, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Jedes Jahr laufen hier gut 10.000 Caravans und Reisemobile vom Band. Das Detlefs Werk in Isni hat sich im Laufe der Zeit zum größten Reisemobilproduktionsstandort Europas entwickelt. Die Liebe zum Detail auf der einen und modernste Produktionstechnik auf der anderen Seite sind die Grundlage für Freizeitfahrzeuge auf höchstem Niveau. Ein starkes Team ist die Voraussetzung, um immer wieder neue Innovationen in die Tat umzusetzen. Jedes Detail muss genau aufeinander abgestimmt sein, um aus Vision das perfekte Fahrzeug zu kreieren. Die Tradition unseres Unternehmens ist das Fundament für perfekte Fahrzeuge. Und modernste Produktionsmethoden geben uns Freiraum für vielfältige Innovationen. Detlefs Tradition und Innovation Detlefs Tradition und Innovation Vielen Dank.